Cem Yilmaz ist ein türkischer Schauspieler und Kabarettist, Leben. Schon als Student an der Bosporus-Universität, wo Yilmaz Touristik studierte, arbeitete er nebenbei als Karikaturist bei der Zeitschrift Lehmann. Im August 1995 fing er dort mit Stand ab an und wechselte im Dezember zum WKM. Seitdem hat er dort regelmäßig Auftritte und ist gelegentlich auch international auf Tournee. Er hat einen Bruder, eine Schwester. Seine Eltern kommen aus Sivas-Grün. Auszeichnungen Für seine Mitwirkung in Werbespots für Panasonic-Telefone im Radio bekam er den Christel Elmer. Für seine Werbung für Doritos-Chips wurde zweimal mit dem Christel Elmer belohnt. Filme 1998 stand Yilmaz mit dem Film Hersey-Kock-Gützel-Ulatschak das erste Mal vor der Kamera. Es folgte eine weitere Nebenrolle in Wiesontele. 2005 spielte er im Film G.O.R.A. die Hauptrollen, wofür er auch das Drehbuch schrieb. Dieser Film war bis dato der teuerste und erfolgreichste Film in der Türkei und wurde erst später kommerziell vom Film Recep İvedik übertroffen. Im Oktober 2006 erschien sein Film Hockabats in den deutschen Kinos, zu dem er das Drehbuch schrieb und zusammen mit Ali Tana Baltazi die Regie führte sowie die Hauptrolle spielte. Am 5. Dezember 2008 liefe die G.O.R.A. Fortsetzung A.R.O.G. in den Kinos an. Ein weiterer Film der Western-Yazibati erschien am 1. Januar 2010. Hier spielt J.M.I.L.M.S. einen osmanischen Cowboy im Wilden Westen. Filmografie 1998 Hersey-Kock-Gützel-Ulatschak 2001 Fizontele 2004 G.O.R.A. 2005 Ramon 2005 Organis-Isla 2006 Hockabats 2008 A.R.O.G. 2010 Yasibati 2010 A.V.M.S.I.M.S.M.I. 2012 Magnifica Pressentscha 2014 P.E.K.Yakinder 2014 Das Versprechen eines Lebens Werke 1999 Hersey-Gützel-Ulatschak 2001 B.I.E.T.A.T.B.I.R.Doku 2004 G.O.R.A. 2006 Hocker Batz, 2008, AROG, 2009, Zentimeter YLMZ 2009, 2010, Zentimeter YLMZ SORU und CEVAP, 2012, CM101 MMXI Fundamentals.